Ich lerne Deutsch. Nummer 7401 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wo ist Josefine? Sie ist plötzlich verschwunden. Auf dem Tisch steht ihre leere Tasse. Wo ist Josefine? Sie ist plötzlich verschwunden. Auf dem Tisch steht ihre leere Tasse. Wo ist Josefine? Sie ist plötzlich verschwunden. Auf dem Tisch steht ihre leere Tasse. Ist das alles für heute? Vielleicht noch ein Stück Käsekuchen? Ist das alles für heute? Vielleicht noch ein Stück Käsekuchen? Ist das alles für heute? Vielleicht noch ein Stück Käsekuchen? Was steht als nächstes auf der Tagesordnung? Kann mir jemand helfen? Was steht als nächstes auf der Tagesordnung? Kann mir jemand helfen? Was steht als nächstes auf der Tagesordnung? Kann mir jemand helfen? Du hast das Problem gut gelöst. Ich wusste immer, dass du die richtige Person für diese Führungsposition bist. Du hast das Problem gut gelöst. Ich wusste immer, dass du die richtige Person für diese Führungsposition bist. Das Meer hat eine unendliche Weite, die den Menschen demütig und staunend macht. Das Meer hat eine unendliche Weite, die den Menschen demütig und staunend macht. Das Meer hat eine unendliche Weite, die den Menschen demütig und staunend macht. Im Wohnzimmer wurden neue Heizkörper mit Thermostatventilen installiert. Im Wohnzimmer wurden neue Heizkörper mit Thermostatventilen installiert. Ich empfehle dir, dich auch impfen zu lassen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.